Die gruseligsten TikToks im gesamten Internet Nachtschicht im Leichenhaus ist gruselig Ist das ne La- Ah, Bro, sorry Mann, ey, ich hab heute ein bisschen Bauchschmerzen Ich kann leider nicht vorbeikommen, sorry Chef, Mann, Alter Ich hab schon wieder schnupfen, Hatschuh Oh nein, ich kann leider nicht zur Arbeit kommen Brother, also wenn ich sowas in meinem Job sehen würde Brother, wenn das, das wäre Also, Digga, Smash, oder? Keine Ahnung, Kennenlernphase Was, also, und Spaß Spaß, Spaß, kein Smash Kein Smash Possession Dämonika, also eine dämonische Besess Kind ist von einem Dämonen besessen What the hell, Bro What the hell is going on, man Oh mein Gott Kurz in den Haaren Oh mein Gott, Digga Also, wir Okay Brother Oh mein Ich hab keine Angst, Bro Ich hab gar keine Angst, Mann Weg mich nur gerne im Raum, weil ich sportlich aktiv bin, yo Ich bin Sportler Now here is a video with irrefutable proof of demons at work Damn, Bro, was geht da denn ab? Now watch closely Performing such a feat defies gravity Okay, nee, Digga, das kann ich Ja, Greenscreen ist das, Digga Das ist ein Nein, das ist ein Greenscreen, Bro Das ist ein Greenscreen Du merkst, die Schöne oder Dämonen hinter ihm? Nein, 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 das ist ein Greenscreen, Digga Nein, das ist ein Greenscreen Nein, das ist ein Greenscreen Ja, 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 ist klar, Bro, ist klar, Bro. Was ist ein Schwachsinn? Oder was für Dämon, das ist halt einfach Greenscreen. Bruder, das war halt, also, das war halt, also, hä, ich bin verwirrt. Wieso tun die denn alle so, oh, ich sehe nicht, was da passiert, oh, das ist so gruselig, ein Dämon ist da. Bruder, das war einfach nur Greenscreen. Wir haben den wegretuschiert, Alter, da ist jemand mit so grünem Kostüm gelaufen und dann haben die den weggemacht, Alter, und dann sah das so aus, wie wenn er den so rumschwebt und rumwirft und so, Bro, da war einfach ein Greenscreen, das war halt auch jeder. Also, wer darauf reingefallen ist, schwach, Freunde, schwach, wer bei dem Clip gruselig fand und Angst hatte, schwach. Ich bin enttäuscht von euch, wir haben schon so viele gruselige Videos geschaut, das solltet ihr mittlerweile wissen. Bruder, das ist weird. Warum springt der Ball von selbst? Was war denn das? Jo, oh mein Gott. Hat der gerade sein Motorrad wegen... Also, Bruder, wenn ein Typ auf sein Motorrad, sein Motorrad umwirft, dann muss das was heißen, weil ein Motorrad, ich sag mal so, Bruder, ist sehr teuer. Und wenn du ein Motorrad umwirfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass was kaputt gegangen ist. Das heißt, wenn ein Typ ein Motorrad besitzt, hat er schon sehr viel Geld und Liebe in diese Motorrad gesteckt, der das dann umwirft. Das macht man nicht einfach so. Also, da war was seltsam. Keine Ahnung, Kreatur, Gestalt, ob das auch ein wirklicher Mensch war und auf der Kamera sah das nur so komisch aus, aber da war böses Imbusch. Okay, was haben wir hier? Wir sind auf dem Friedhof, glaube ich. Bruder, war das eine Riesen-Fledermaus? Habt ihr das gesehen? Okay, keine Ahnung, Bro, das sah so aus, wie wenn eine riesige Fledermaus auf seinen Kopf gesprungen ist. Diese riesige Fledermaus war eine riesige Fledermaus. Ja, kann nicht sein, Digga, niemals, oder? Nee, ist nicht echt, oder? Oh mein, Bro, mach doch nicht diesen Hit. Oh, was war das denn? Bruder, was war das denn? Oh, sowas mag ich gar nicht, sowas mag ich gar nicht. Wieso renne ich, Bruder, wieso renne ich auf der Stelle, als ob es was bringt gegen das gruselige Video. Wir fassen zusammen, Mädchen sitzt da, Mädchen schreit, kommt gruselig unter der Decke hervor, Mädchen hat Kopf verloren. Also, seine Seele verlässt seinen Körper und das Ganze live auf Kamera. Oh, damn. Okay, das ist super weird. Boah, das ist irgendwie gruselig. Wie geht's, also wie... Keine Ahnung, was das war. Lass deine Türe nachts verschlossen. Oh mein Gott, was ist das? Bro, was ist das, was ist das? Bro, bitte, oh mein Gott, Bro, bitte geh mal. Oh, das war mir einer so viel. Bro, was war das? Bleib dich stehen. Ich habe zwei Pistolen. Bitte bleib dich stehen. Diese zwei Bad Boys hier. Legt euch nicht mit mir an hier, ihr kleinen Stinke-Socken-Träger. Bleib weg, Junge, sonst kommt es hier zur Sache. Dieses Mädchen hat einen imaginären Freund. Ja, kann ich nicht empfehlen. Nee, kann ich nicht empfehlen. Ja, und sie hat die Augen zu. Creepy. Super. Ja, super creepy. Stark. Bro, was geht mit ihrem Mund ab? Was geht mit ihrem Mund ab? Was geht mit seinem Mund ab? Okay, Bro, was geht bei ihm ab? Ach, du Kacke. Ja. Äh. Oder bin mir irgendwie, bin ich mir ein bisschen sicher, wenn du den Clip von gerade nimmst und da lustige Musik drüber spielst, dann wird das ein super funny Clip, oder? Ich meine, also spiel mal ganz kurz ab. Okay, Regie, spiel mal kurz nochmal Clip von gerade ab und mach lustige Musik drüber. War lustig, oder? War lustig, war gut. Weiter gucken. Oder wie geht das? Das kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, ein Familienfoto. Das ist ein Live-Foto, wenn du drauf drückst. Okay, das ist krass. Ich weiß nicht, was das war, aber das war krass. Ja, der Geist muss natürlich auch mal seinen Bizeps trainieren. Ist halt mal so, ne? Auch Geister brauchen den großen Bizeps mal ab und zu, ne? Ein bisschen schwere. Brother, was sind das für verstörende Videos heute? Wie geht das? Guck mal, jetzt geht Licht an. Bam. Hey, Dicker, ich packe das nicht. Das wurde gefilmt in Mexiko. Ja, gut, ist schon vorbei anscheinend. Gut, der Hund sieht alles andere als ein Feini aus. Der Hund sieht aus, wie wenn er dich gleich auffressen würde. Den Hund würde ich nicht reinlassen, Freunde. Ist das ein... Also entweder, dass ich es mit Absicht so gemacht oder da schaukelt gerade eine Frau ohne Beine an so einer komischen Handschaukel. Da läuft einfach mal ein creepy alter weißer Mann ins Wasser, ins Meer. Gar nicht creepy, sowas zu sehen, ne? Gar nicht seltsam. Gut, es reicht. Ja, okay, nee. Dig up. Das ist das Leben von Luxury. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Oh mein Gott. Okay. Okay. Ich kann heute Nacht nicht mehr schlafen. Bruder, bei mir ist jetzt vorbei. Jetzt offiziell, sobald irgendwas unterm Bett rauskommt, ist es vorbei bei mir. Ich kann nicht mehr pennen. Ach du Kacke. Okay, Bro, wir hören auf. Ey, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Freunde, das war es mit den gruseligen TikToks. Ey, ich kann nicht mehr mehr reden. Junge, beim letzten Clip, ich habe mir ein bisschen, ich habe eine kleine Wurst in der Hose. Das klang sehr, sehr seltsam. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.